Musik Teilnehmerzuwachs beim Stundenlauf des SSV Scheibenberg. Bei der 20. Auflage waren 22 Sportler auf dem Sommerlagerplatz an den Orgelpfeifen am Start. Sieger wurde Söhrgen Schramm aus Chemnitz. Den zweiten Platz teilten sich Rico Herold und Oliver Bach vom Team Schlettau. Den Halbstundenlauf gewann Isabel Schütze bei den Damen und Silas Benedix bei den Herren. Laufsportler sollten sich den 22. September vormerken. Dann ist in Scheibenberg der Berglauf.